Die Amazir sind das indigene Volk Nordafrikas und leben schon seit mehreren tausend Jahren in der Region. Sie haben ihre eigenen Sprachen, traditionelle Religionen und waren als Matriarchat organisiert. Nach der arabischen Invasion im 7. Jahrhundert wurde Arabisch die Hauptsprache und der Islam die dominierende Religion. In Algerien und Marokko zählt ein Drittel der Bevölkerung zur Volksgruppe der Amazir. In diesen beiden Ländern ist die Amazir-Sprache Tamazir auch eine Amtssprache. Das war lange Zeit nicht so. Heute müssen die Amazir immer noch gegen die Ausgrenzung ihrer Kultur kämpfen. Das hier ist die Flagge der Amazir. Das rote Zeichen der Mitte ist das Symbol Jas und steht für einen freien Menschen. Das ist auch die Übersetzung des Wortes Amazir, ein freier Mensch.